hey leute guten morgen heute ein bisschen später weil ich hatte einen termin bei bmw mit meinem auto es kriegt ein service und eine grundreinigung und vielleicht verkaufe ich es also hängt davon ab wie viel es noch wert ist die dekra macht eine bewertung und vielleicht verkaufe ich es also wenn jemand mein auto kaufen will sagt bitte bescheid es koste rund 40.000 weil ich tausche es dann vielleicht ein gegen ein anderes also wenn jemand interesse hat 40.000 euro gehört mein auto euch oder je nachdem was bei dem dekra dings rauskommt wenn es mehr wert ist dann natürlich mehr okay wir machen heute rücken voraussichtlich trainier ich heute bloß einmal weil ich mich ein bisschen müde fühle da gehe ich dann so nachgefühl es kann sein dass ich heute nur einmal trainieren und dann früher schlafen gehen ihr wisst kennt ja die devise jeden tag warten das heißt wir fangen mit warten an letztes mal hatte ich zwölf wiederholungen das heißt dieses mal mache ich bisschen mehr gewicht 140 kilo letztes mal heute 150 und dann geht es auch schon los ohne viel wie gelaber es wird killer training ja ich habe extra das t-shirt angezogen weil wir heute kurzhantelruder machen und da kennt ihr ja denn die zugrunde liegende artitüde also wie gesagt warten und dann geht's los also hier bestockendes gewicht auf dann dann und action ja 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Kurze Pause, weil es brennt zu krass. Last one. Okay. 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 So, 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 so. Da mache ich so drei Sätze mit ganz kurzen Hosen. Wisst ihr, ihr seht das ja jeden Tag. Ja, guck guck guck. Ja, guck 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 guck. Und da auch immer ganz wichtig, Stretching. Ich habe das Gefühl, es ist halt jeden Tag das gleiche. Aber Bodybuilding ist halt jeden Tag das gleiche. Ich habe das Gefühl, es ist halt jeden Tag das gleiche. Ich habe das Gefühl, es ist halt jeden Tag. Okay. 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 Das schritt, ich habe das Gefühl, es ist halt jeden Tag. Ich habe das Gefühl, es ist gleich November hinbeurer. Fünfzehn. Okay. Das war gut. Gute Arbeit. Jetzt schnell Schuhe zum Rücken. Dann geht's los. Dieses Mal fällt mir die Scheiße nicht ständig runter. Pass auf. Ich hab gelernt. Das gestern und so. So. Wo sind wir hin? Zack. Wir machen wieder da. Kurzhantel, Überzüge und da Kabel. Pushdown. Ich hab ja gestern gesagt. Vielleicht sollte ich mal mehr Wiederholungen machen bei den anderen Körperteilen. Genau wie eure beiden Schultern. Weil meine Schultern sind ja wie ihr sehen könnt mein bester Körperteil. Und das werde ich das werde ich jetzt mal machen. Zumindest heute einmal. Schauen wie es sich anfühlt. Das heißt wir machen diese Überzüge hier. statt mit einer 40er Kurzhantel. Nehmen wir mal eine 50er Kurzhantel. Wie wir es jetzt die ganze Zeit hatten. Nehmen wir mal eine 35er. Na ich hab bloß eine 37,5er. Dann werde ich wohl die nehmen. Und. Schauen wie es anfühlt. Ich palle so 20 Meter Rudungen an. Hier noch schnell. Ich breite auch wieder alles vor. Dass ich dann nur noch von Station zu Station gehen muss. Das heißt ich mach hier Kurzhantelrudern da. Aber bei Kurzhantelrudern schwört euch. Werde ich nicht 20 Wiederholungen setzen machen. Oder vielleicht doch. Aber das. Das wird halt richtig abgefuckt. 20 Wiederholungen, Kurzhantelrudern. Könnt ihr euch heute auch etwas befasst machen. Und für alle die, die sich immer aufregen dass ich so appen muss. Wird heute ein Fest. Ihr könnt euch so richtig. Krass aufregen. Weil heute werde ich mit Sicherheit sehr außer Atem sein. Also macht schon mal eure. Macht schon mal eure Keyboards warm. Heute könnt ihr. Paar richtig deftige. Hate Kommentare hinterlassen. Ach ne. Ich schreibe noch kurz auf was ich bei Waden gemacht habe. So. Dann mach ich mir cool Musik an. Und dann kann es rausgehen. Und dann kann es rausgehen. Ich musste mein Hintrum noch ein bisschen verdünnen. Ich musste mein Hintrum noch ein bisschen verdünnen. Aber ich hab vorher schon so viel getrunken. Ich hab vorher schon so viel getrunken. Ich meine natürlich nicht, dass ihr alle Aufflücker seid. Sondern nur die, die so eine Scheiße drunter schreiben. Okay. Alle anderen. Ich liebe euch. Hier ist es. Okay. Jetzt kann das Wasser minimisch sein. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe ja gestern Trizeps mit Schultern trainiert, anstatt extra Arme alleine. Ich habe richtig Muskelkater jetzt im Trizeps. Okay, jetzt mache ich Musik an. Für alle, die sich wundern, ich höre heute Rob Bailey. Rob Bailey. Und dann nehme ich mal die 40er Kurzwanzel. Das sind die Überzüge. Ziel ist 20 Wiederholungen. Okay Leute. 20. Musik. Musik, baby. Rock Bailey, let's go. When the sun rises I won't regret when the sun sets I won't regret when the sun sets I have a new tree I had always the Pulver tree But it was a bit nerve Because I had to stop here So I will try this tree It should not be a recommendation I will not use them I can tell you later if they are good or not And I have also never used flüssig It's my first time here I think I need more I really need to get here I'm just going to lose my joy What so flüssig What the deal is about Yeah, let's see So as I said 20 is the deal Let's go 20 baby 20 is the deal So, so, so. 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 So, so, so. 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 So, so, so. 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 So, so, so. So, so, so. So, so. So, so. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so Das war's. Das ist die homo Perspektive. Doppelcheck. Doppelcheck. Hier. Hier. Wie gesagt, bei Kurzhantelruder mache ich nicht 20. Weil das zu brutal ist. Also zu... Das erschöpft nur Hilfsmuskeln. Okay, let's go. So. 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 Let's go. 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 Jetzt hier beim Langhandler Rudern oder Multipresser Rudern. Da können wir 20 Wiederholungen machen. Okay. Dann mache ich jetzt mal nur zwei Scheiben drauf und schaue ob ich da 20 rauskriege. Oder mehr sogar. Haha. Okay. 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 Ich glaub das waren 20, ich weiß nicht genau. Habt ihr mitgezählt? Ich nicht. Noch mal. Noch mal. Oh! 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 Hey, Mann! Ich glaub, das waren die Kids! Ich glaub, das waren die Kids! Oh! Oh! Let's smile! Notice the chin! Oh! Let's go! Oh! 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 Ja man, 2.11. Gute Arbeit. Ja man, ich bin außer Atem. Gewöhnt euch dran. Frutzen. Okay. 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 Heute hier nur 3 Scheiben. Ziel ist wieder 20. Hier ist es. Die 20 Wiederholung scheiße ist herrn als die mehr Gewicht scheiße. Okay. Let's go. Okay. 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 Was war die 17 oder? zwei mal noch. Let's go. 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 Let's go.